Das ist Möhrenröhe. Oh weh. Da ist ja meine Wellensicht, wir müssen ja alle sehr gewöhnen. Ich sag die Kanarien, die leben ja alles dran. Ja, ja. Aber Kanarien werden nicht so schnell zahen. Aber ich hab die Möhren zusammen. Ja. Ja. Aber Kanarien werden nicht so schnell zahen. Ja und wie machen sie das denn? Jeden Tag damit arbeiten. Jeden Tag drei bis fünf.